Sie will mich einfach nicht. Was kann ich tun? Es tut scheiße weh, wenn die Frau, die du so sehr magst, kein Interesse hat an dir. Sei es, weil du mal mit ihr zusammen warst und sie sich von dir getrennt hat oder du warst noch nie mit ihr zusammen und du hast einfach erkannt, dass sie definitiv dir keines Blickes würdigt und lieber den anderen, deinem Arbeitskollegen oder dem anderen Kumpel im Freundeskreis viel lieber mag als dich. Das tut weh. Was solltest du jetzt also tun, wenn du sie gerne erobern möchtest? Wenn du sie gerne an deiner Seite hättest und du möchtest, dass sie nicht die Augen für die anderen Typen hat, sondern für dich? Nun, mein Lieber, das ist möglich und ich werde dir hier diesen feinen Weg auch aufzeigen, beziehungsweise mein Kollege Dominik Fanave und ich, unser Experte für Selbstbewusstsein hier im Freundin für den Podcast. Das werden wir gleich machen, aber es ist ein wenig wie bei Avengers, wo Dr. Strange meditiert und sich all diese Möglichkeiten vorstellt, wo sie die Welt doch retten könnten und dann wird er gefragt, wie viele verschiedene Universen hast du gesehen? Und er sagt, 10 Millionen, 100.000, noch was. Und in welcher haben wir gewonnen? In wie vielen haben wir gewonnen? Und er sagt, in einer. So ähnlich ist das hier auch. Es ist nicht unmöglich, wenn du Avengers geguckt hast, am Ende haben sie auch gewonnen, aber es ist nicht ohne Arbeit. Es ist mit Arbeit verbunden und es ist vielleicht die härteste Arbeit, die du in deinem Leben hier gemacht hast. Es kann aber auch die schönsten Resultate bringen, die du jemals in deinem Leben kosten wirst, nämlich nicht nur die Liebe von dieser Frau, sondern den Stolz in deiner eigenen Brust, dass du der Mann bist, der einzige Mann, der das schaffen konnte. Und das haben in der Tat schon sehr viele Männer geschafft. Also die Chancen stehen deutlich besser als 10 Millionen zu 1, denn es steckt schon in dir und wir werden dir hier den Leitfaden geben, wie du das aus dir rausholen kannst. Also herzlich willkommen. Lass uns loslegen mit dem Leitfaden für dich, wenn du die Frau erobern kannst, die du wirklich willst, obwohl sie dich aktuell noch nicht will. Für die nächste halbe Stunde ist einmal völlig egal, ob du diese Frau einmal an deiner Seite hattest oder du noch nie mit dieser Frau zusammen warst. Es ist wirklich egal, weil wir hier von einer grundlegenden Sucht sprechen müssen. Okay, mein Lieber? Es geht nämlich nicht mehr darum, wie du eine Frau von dir überzeugst, sondern es geht um die Fragestellung, wieso du denn nicht loslassen kannst. Wieso da dieser Drang ist, sie unbedingt überzeugen zu müssen. Da drin liegt nämlich schon auf der allerersten Ebene dein großes Problem. Und damit bist du nicht alleine. Deswegen müssen wir als allererstes über diese Sucht, dieses Verlangen, dieses Ich-kann-nicht-loslassen sprechen. Genau. Diese Situationen, in der du bist, die haben so viele Männer schon mal gespürt. Und es ist so, die Sucht, also das ist der perfekte Begriff. Ich habe gerade nach einem anderen gesucht. Das ist halt eine Abhängigkeit. Danach, dass irgendetwas von außen uns wieder ganz macht, irgendwie heile macht, uns irgendwie wieder erlöst oder uns glücklich macht. Und das ist dann in diesem Fall halt dann in irgendeiner Weise die Frau, weil es sich so gut bei ihr anfühlt oder weil sie dir so diese Nähe gibt, die du vielleicht so vermisst hast. Und das ist gerade so im westlichen Bereich, in der westlichen Welt, ist das so krass, wie stark und wie schnell Männer abhängig von einfach der Nettigkeit, der Zuwendung von Frauen werden. Weil die Frau oftmals die einzige Quelle von körperlicher Nähe ist, die ein Mann, der ein Mann hat. Weil wenn du dir mal, wenn du dir das mal anschaust, so wenn du irgendwie, du schriffst Freunde jetzt am Wochenende oder sowas. Und was machen die meisten Männer, wenn die sich begrüßen? Die geben sich ganz cool die Hand. Oder die begrüßen sich nicht mal in irgendeiner Weise körperlich, sondern ist einfach so nicken. Was einfach da so der Kontakt ist. Also irgendwie Augenkontakt und nicken. Übrigens ist auch ganz, ganz, ganz interessant. Kannst du mal darauf achten, einfach jetzt so eine Nebenerzählung, die ich hier gerade aufmache. Einfach weil ich das sehr interessant finde. Wenn Männer sich begegnen, die sich noch nicht kennen, dann ist so, und die kommen sich entgegen, dann nicken die ganz besonders. Männer, die sich noch nicht kennen, nicken so von oben nach unten herab. Also die nicken nach unten. Also jetzt, die denken nicht, dass sie besser sind als der andere, sondern das Nicken, das ist halt so eine Bewegung, die geht von oben nach unten. Und wenn Männer sich aber schon ein bisschen besser kennen, dann nicken sie von unten nach oben. So im Sinne von, wenn Männer sich noch nicht so gut kennen, dann ist es ein Verbeugen, dieses Nicken. Und wenn sie sich schon etwas näher kennen, dann ist es ein Herausforderung, so das Kinn nach oben schieben. Muss man darauf achten, ist ganz interessant. Männer sind, wir alle sind einfach immer noch so sehr primitive Wesen. So, aber diese körperliche Nähe, die den Männern fehlt, so die holen sie sich halt dann durch die Frauen. Wenn du halt dann Frauen begrüßt, so die Freundinnen deiner Kumpels, dann ist es immer irgendwie eine Umarmung oder Küsschen links und rechts und so weiter. Und da ist das Körperlichkeit, da ist auch Liebe so mit dem Küsschen und sowas. Und der Umarmung per se. Das ist so Nähe, das ist Liebe, das ist einfach, da spürt dein Körper, da ist ein anderer Mensch, da ist jemand. Ich bin nicht alleine. Und dann schüttet dein Körper Oxytocin aus. Das, wie es immer so gern genannt wird, das Liebeshormon, das Kuschelhormon und so weiter, ist sehr dafür verantwortlich, dass wir einen entspannten Blutdruck haben, einen normalisierten Blutdruck haben und uns auch entspannen können, weil die Umgebung nicht gefährlich für uns ist. Wir sehen oder durch Oxytocin bekommen wir das Signal, alles ist gut, du bist sicher. So, und das ist hauptsächlich halt einfach die Frau als Quelle. Und dann begrüßt du halt deine Freunde und die Freundin deiner Freunde und dann siehst du halt dann schon, oder du weißt halt, okay, ja, sie ist ja eh vergeben, so, aber das ist halt die Quelle meiner körperlichen Empfindung. So, da spüre ich, dass ich nicht alleine bin. Das heißt, Frauen müssen für mich, oder Frauen sind für mich die Quelle von dem Gegenteil von Einsamkeit. Also Frauen sind dafür, sind die Quelle, dass ich nicht mehr alleine bin, nicht mehr einsam bin. Und demnach bist du dann entsprechend auch eher dazu gepolt, Frauen hinterherzurennen zum Beispiel. Oder es ihnen dann recht zu machen. Oder dann so sehr zu verzweifeln, wenn sie, wie wir jetzt auch im Titel auch gesagt haben, so, wenn sie dich halt dann nicht mehr will oder nicht will, dass du dann halt schaust, dass du irgendetwas tun kannst. Und dieses Verhalten ist dann eher auf einer panischen Natur, eher von Angst geprägt, eher von, 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 von diesem, von Frustration, von, von Angst, von, wie gerade schon gesagt, von Panik, von Einsamkeit geprägt, von dem Gefühl dahinter, oh nein, wenn ich das jetzt nicht schnell bekomme, dann werde ich bald sterben. Und dieses Gefühl ist, also, und auch dieses Verhalten ist ähnlich wie von jemandem, der drogensüchtig ist. Der, ähm, wo sein Dealer jetzt gerade gesagt hat, du kriegst von mir keinen Stoff mehr. Dann geht er genauso, dann ist er genauso panisch, geht genauso an die Decke. und, ähm, alles an, alles in seinem, in seinem Leben dreht sich halt nur noch dann darum, um entweder halt so, dass er die Droge nicht bekommt oder wie er die Droge wieder bekommt. Und Frauen sind entsprechend dann der Drogendealer dann für dich, weil sie die Quelle deines Oxytocins sind. Der Droge, die dein Körper produziert bei menschlichem Kontakt. Und diese Droge, ähm, die, wenn es halt nur Frauen können, wenn es halt nur Frauen in dir auslösen können, weil, weil du das glaubst, dass es halt nur bei Frauen so ist, dann bist du abhängig davon, dass halt irgendeine Frau es gut mit dir meint. Und dann bist du halt, dann verbiegst du dich halt davor, dann bist du halt nicht du selber. Das ist halt wie, als wenn ein Drogendealer, du findest jetzt einen neuen Drogendealer und der sagt dir dann, nee, bei mir darfst du nicht kaufen. Dann wirst du auch sagen, bitte, bitte, bitte. Ne, du wirst halt, du wirst betteln, weil du glaubst, dass du abhängig von ihm bist, weil er die Quelle deiner, deiner Droge ist. So, und jetzt ist es halt so, also warum glaubst du halt, dass Frauen nur die Quelle dessen, also der Nähe, der Zweisamkeit sind und damit, ja, des Oxytocins sind? Weil es irgendwie in der westlichen Welt verpönt ist, dass Männer sich umarmen oder irgendwie Körperkontakt zueinander aufbauen. Das ist dann direkt schwul. Und das ist, das ist halt genau das, was halt noch mehr dazu führt, dass Männer, die sowieso schon, so in deinem Freundeskreis vielleicht, sowieso schon ganz, ganz große Probleme damit haben, irgendwie ihre Emotionen zu zeigen, ihre Gefühle zu zeigen, ihre Emotionen zuzulassen. Also, diese Männer werden nicht in der Lage sein, sich so weit zu öffnen, ihr Herz zu öffnen und dich in den Arm zu nehmen. Das ist etwas, was so weit von denen entfernt ist, dass sie, ja, sie können damit gar nichts anfangen. Sie werden dann, und dann willst du sich vielleicht umarmen und dann werden sie hier und da einfach ein Späßchen machen von, oder ist aber jemand kuschelig gerade oder was auch immer sie dann sagen. Weil sie einfach nicht gelernt haben, und da haben wir auch schon mal eine ganze Podcast-Folge drüber gemacht, dass Männer ihre Emotionen nicht zeigen, doch ihre Emotionen nicht zulassen können und das ein ganz großes Problem ist. Das führt dann halt dazu, dass du immer mehr vereinsamst, während die anderen, die anderen Männer, die auch ihre Emotionen nicht zeigen, dann glücklicherweise irgendwie eine Frau gefunden haben oder sowas. Das steht gar nicht, also steht gar nicht jetzt auf diesem Blatt, so was wir jetzt, was wir jetzt hier mit dir vorhaben. So, das ist eine ganz andere Geschichte, aber aus deiner Wahrnehmung ist es halt so, dass diese Männer, die wenig Emotionen zeigen, trotzdem irgendwie nicht alleine sind und Frauen sind für dich die Quelle der Emotionen oder der Zweisamkeit, so was kannst du tun, was solltest du tun und das Wichtigste dafür ist einfach, und da gehen wir jetzt auch Schritt für Schritt drauf ein, das Wichtigste dafür ist zu sehen, dass du die Quelle davon bist, dass du die Quelle, nicht die Frau die Quelle davon ist, weil wer schüttet denn das Oxytocin aus? Das ist nicht die Frau, die dann jetzt irgendwie ein Gläschen dabei hat und das dann in dein Ohr reinschüttet und dann spürst du dich, und dann fühlst du dich nicht mehr alleine, das ist ja nicht der Fall, sondern du kannst bestimmen, inwieweit du dein Leben aufbauen möchtest, ob du dann irgendwie, ob du Menschen um dich herum haben möchtest, die sich auch gerne berühren. Das kann ja, das fängt halt natürlich mit dem Handschlag an, aber der sehr wenig Oxytocin ausschüttet, weil es halt eher auch irgendwie eine Dominanzgeste ist, besonders bei Männern. Aber was halt viel mehr Oxytocin und damit Zweisamkeit ausschüttet, sind halt dann zum Beispiel Umarmung. Das sind dann auch einfach, das ist Zeit, miteinander zu verbringen. Und das darfst du auf jeden Fall machen mit zum Beispiel männlichen Freunden. Wenn du weibliche Freunde hast, dann machst du natürlich dann auch mit denen und dann ist es halt einfach auch auf freundschaftlicher Basis. Aber es ist so wichtig, für deinen Körper zu spüren, das ist der erste, erste Punkt, es ist so wichtig, für deinen Körper zu spüren, dass er nicht alleine ist und nicht diese Frau, die jetzt gerade in irgendeiner Weise nett zu dir ist, dass du das so interpretierst, dass sie die Quelle deiner Freude ist, deiner Zweisamkeit, deiner Liebe ist. Und dann, wenn sie sich von dir entfernt, dass du ihr hinterherlaufen musst, wie ein Junkie, der keine Drogen mehr bekommt. Weil das ist genau das, was in unserem Kopf abgeht. Es ist wichtig, dass du spürst oder dass du dir ein Leben aufbaust mit anderen Menschen, dass Menschen einfach, dass du viele Menschen um dich herum hast. Deswegen sagen wir ja auch so oft, lern flirten, lern sozial sein, bevor, das zeigen wir dir auch in der Flirt-Masterclass. Also, wenn du dich bis hier schon wieder entdeckst, dann geh direkt auf flirtanalyse.de und wir schauen uns genau deinen Fall in der Charisma-Analyse einmal an. Aber das ist ja genau das, was wir halt mit dir machen in der Flirt-Analyse oder auch im Coaching, dass wir dir erst zeigen, wie du sozial wirst, wie du, dass Menschen sich auch schon, dass Menschen auch schon Lust haben, mit dir Zeit zu verbringen, dass Menschen Lust haben, darauf mit dir zu sprechen, damit du halt nicht dieses Gefühl von Einsamkeit hast, was du dann mit in die Frauenwelt überträgst. Da setzen ja andere, setzen ja genau da schon an, geben dir ein paar Sätze in die Hand, sag das zu der Frau, aber das löst halt das Problem im Inneren nicht, dass du immer noch denkst, dass die Frau die Quelle deiner Zweisamkeit ist, deiner Liebe ist. So das Wichtigste ist, dass du das halt für dich herausfindest. Da setzen wir dann zum Beispiel an. So, jetzt habe ich hier mehrere, mehrere Fäden aufgebaut. Aber das ist der erste wichtigste Punkt, weil wir haben halt auch zum Beispiel festgestellt, also warum rede ich auch von der Sucht und dann gebe ich jetzt gleich wieder zu dir rüber, Andi, warum reden wir auch von der Sucht? Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass die Veteranen, die aus dem Vietnamkrieg wiedergekommen sind, die zum Beispiel, ja, denen dann Beine gefehlt haben und so weiter, die ganz schreckliche Schmerzen hatten, die haben alle Opium bekommen, also die haben Drogen bekommen, damit diese Schmerzen, also als Schmerzmittel, also damit die Schmerzen auszuhalten sind. Und die Veteranen, also die Invaliden und so weiter, die nach Hause gekommen sind, wieder zurück in die USA und ein intaktes Familien- und Sozialleben vorgefunden haben und auch direkt wieder irgendwie eine Arbeit hatten und so weiter, einfach in ihren alten Job einsteigen konnten, die eine Familie hatten, die sich gefreut hat, dass sie wieder zurück nach Hause kommen, die sind auf Opium nicht hängen geblieben. Es sind die auf Opium und entsprechend Heroin hängen geblieben dann, die das alles nicht hatten, die kein intaktes Familienleben hatten, die auf der Straße gelandet sind, die dann vom Staat vergessen wurden und so weiter, die sind dann direkt einfach vom Schmerzmittel in Heroin abgerutscht. Und das gleiche Experiment gibt es auch da mit Ratten zum Beispiel, so kannst du mal, wie heißt es, Red World oder sowas. Kannst du mal googeln. Ist sehr interessant, also Ratten, die in ein Käfig gesteckt wurden, die alles hatten, die, oder beziehungsweise Ratten, die erstmal in einen völlig tristen, langweiligen Käfig gesteckt wurden, die hatten ein Trogwasser mit Wasser und ein Trog mit Drogenwasser, also wo sie dann halt high wurden, wenn sie das getrunken haben. Und die Ratten, die halt in einen langweiligen Käfig gesperrt wurden, da haben fast alle, haben sich dann immer wieder an dem Drogenwasser bedient, damit sie sich halt irgendwie irgendwie ablenken können im Leben. Und dann gab es halt andere Ratten, die halt so, die in ein Käfig gesteckt wurden, wo sie ganz viel zu spielen, ganz viel zu futtern hatten, aber auch natürlich andere Ratten da waren, wo sie ein Sozialgefüge hatten, wo sie so viel Sex mit anderen Ratten haben konnten, wie sie wollten. Und die hatten auch das Drogenwasser und das normale Wasser. Und in diesem, in dieser Red World, wo sie halt so das Paradies, das Rattenparadies hatten, die haben sich nicht an dem Drogenwasser bedient. Die haben das hier und da mal probiert, aber die sind nicht darauf hängen geblieben, die sind auch nicht frequentiert immer wieder da hingegangen, die haben das normale Wasser getrunken. Und da haben wir einfach gesehen, dass das soziale Umfeld so wichtig ist im Kampf gegen Abhängigkeit, im Kampf gegen Drogensucht, im Kampf gegen Süchte generell. Und emotionale Abhängigkeit ist eine Sucht. Und wenn du halt denkst, dass diese eine Frau die Lösung deiner Probleme ist, dann, tut mir leid, dir das zu sagen, bist du süchtig. Aber das, was ich dir gerade beschrieben habe, ist der Weg heraus. Und da gehen wir jetzt noch weiter darauf ein. Es ist nicht nur die Sucht nach dieser einen Frau, von der du ausgehst, dass sie die Lösung deiner Probleme sein könnte. Es ist der Mangel an Auswahl, was sich überhaupt in diese Bredouille gebracht hat. Weil ich finde es immer wieder erstaunlich, wie die scheinbar Überromantisierung dieses Ich will sie erobern. Sie ist es. Sie ist die eine. Die eine oder keine. Für keine andere Frau gehe ich lieber in den Bau und so weiter. Dieses Trophäendenken, dieses Es ist komplett ausgeschlossen, dass ich mich jemals in eine andere Frau so verlieben könnte wie in sie, basiert nicht auf der Wahrheit. Du kennst kaum andere Frauen. Und du hast, selbst wenn du mehrere Frauen kennst, nicht wirklich die Auswahl zwischen anderen Frauen. Sie ist eine der wenigen, die zu dir Ja gesagt haben, wenn es deine Ex-Freundin ist. Eine der wenigen, bei der du das Gefühl hast, wow, sie mag mich. Hier habe ich eine Chance als Single. Nehmen wir an, du gehst jeden Tag in eine Bäckerei und da ist immer wieder diese Fachverkäuferin und sie lächelt dich an. Du holst dir deinen Kaffee und sie lächelt und sie lächelt etwas länger und länger und dann ist sie ganz lieb zu dir und schaut dich noch an und du denkst dir, wow, das ist sie. Das ist, ich will unbedingt, Andi, wie kann ich es schaffen, dass ich mit ihr auf ein Date gehe? Wie schaffe ich es, dass ich sie anspreche und dass es dann weitergeht? Ich gehe da seit Wochen schon hin und jetzt, ich will nicht, dass sie in irgendeiner komischen Situation ist wegen mir, deswegen vermeide ich das Gespräch mit ihr, aber wie kann ich es schaffen, dass du stellst sie auf so ein krasses Podest und redest dir ein, dass sie die eine ist, die eine unter 10.000. Dabei ist sie nicht die eine unter 10.000 potenziellen Frauen für dich, die eine unter 10.000, mit der du potenziell zusammen sein könntest, denn das Potenzial, das du hast, die Auswahl, die du hast, sind vielleicht zwei oder eine, sie oder drei. Das heißt, sie ist nicht die eine unter 10.000. Die Wahrheit ist, sie ist eine unter eins oder eine unter zwei. Hört sich jetzt erstmal krass an und du denkst, ja, aber Andi, ja gut, irgendwie stimmt das schon, aber und dann, jetzt bist du verwirrt, weil du immer wieder versuchst, das so romantisch zu sehen und so, nee, nee, sie ist die eine unter 10.000. Ist sie nicht, mein Lieber. Du hast nicht die Wahl zwischen 10.000 Frauen, weil du keine Ahnung hast, wie man eine Frau auf der Straße anspricht und ihr Herz erobert. Das ist für dich ein komplettes Rätsel und deswegen ist sie die Einzige, die geht, die Einzige, bei der es möglich ist und bei ihr willst du es dir halt nicht verkacken. Du willst es dir nicht verbauen, bei der Einzigen, die hoffentlich dir das Liebesglück gegen kann, dass du so verzweifelt suchst. Darum ist es die Sucht. Es ist die Sucht nach dem einen Weg, nach diesem einen Ding, was dich happy machen kann, wie Opium, die die Kriegsveteranen happy gemacht hat, bis sie dann aber wieder in der echten Welt waren und sie hatten Freunde und sie hatten mehr Möglichkeiten, happy zu sein. Verstehst du, da war dann nicht nur Opium die einzige Sache, die sie happy gemacht hat. Es gab wieder ganz viel Auswahl an Glück. Diese Auswahl müssen wir dir erschaffen. als allererstes wirklich, mein Lieber, wenn du in so einer Gefühlssituation bist und du wünschst dir so sehr, dass diese eine Frau dich auch zurück mag, egal, ob du jetzt bald mit ihr zusammen warst oder noch nie mit ihr zusammen warst, das erste ist, dass du realisierst, wenn sie mich nicht will, wird nichts daraus und das ist okay. das ist ihr Recht als Mann, der sich Freiheit wünscht, der nicht ein Sklave von anderen Menschen sein möchte, sei es auf der Arbeit gebunden sein zu müssen, ich kann hier nicht los oder eben zu Hause von seiner Frau hin und her gejagt zu werden und gut, ich bin halt der Pantoffelheld. Nee, 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 das wissen wir, das wollen wir nicht sein. Wir wollen ein Mann sein, der freie Entscheidungen trifft, der deswegen für andere da sein kann, aus freien Stücken, müssen wir auch diese Freiheit der Frau schenken. Müssen wir ihr auch sagen, müssen wir auch aus ganzem Herzen sagen können, du, es ist wirklich auch deine Wahl, zur Verführung gehören zwei und wenn nur einer den anderen möchte und die andere ihn nicht möchte, dann soll es eben nicht sein. Also, lass sie gehen. Lass sie gehen, gib ihr den Abstand, nimm den Druck weg, denn das ist es, was sie braucht. Okay, Schritt eins, erst in dieser unabhängigen Haltung kannst du überhaupt irgendwas bewirken bei ihr. So, ich habe dich, ich habe dich noch nicht aufgegeben, mein Lieber, ich weiß, du willst sie von dir überzeugen, ich werde dir auch sagen, wie du sie von dir überzeugen kannst, aber das ist der erste Schritt, du musst sie erst mal loslassen und das ist, das schaffen eben die meisten nicht, die meisten versagen schon beim allerersten Schritt und deswegen klappt es einfach nicht. Sie kriegen es nicht hin, kriegen es nicht hin, kriegen es nicht hin, machen es sogar noch schlimmer und schlimmer und schlimmer, weil sie sie einfach nicht loslassen können und sie reden sich ein, sie ist die eine unter 10.000, dabei ist sie die eine unter 1. So, du musst sie jetzt loslassen können, denn sie muss sich auch in dich verlieben und wenn du das Spiel, das wir als Kids mal gespielt haben, kennst oder was Mädels als Kids gespielt haben, kennst, er liebt mich, er liebt mich nicht, du hältst die Blume in der Hand und ziehst da eine Blüte nach der anderen, er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht. Es ist dieses Fragen, dieses Mysterium, mag er mich denn, was das Kennenlernen so prickelnd macht. Wenn jedes Blatt wäre, er liebt mich, er will mich, er will mich, er will mich, er liebt mich, er will mich, dann würde das Spiel nicht Spaß machen. Jede Blume ist gleich. Das Ding war ja, am Ende dieses Blütenblatt-Pickens bleibt ja nur noch ein Blütenblatt übrig und das ist dann, er liebt mich oder es ist, er liebt mich nicht. Und diese Antizipation, also dieses Erwarten, was wird es sein von den beiden Optionen, das ist es, was dieses Spiel so spannend gemacht hat. Und anders ist es nicht heute. Wird was aus den beiden oder wird was nicht? Wie bei Friends, Ross und Rachel, wird da was aus den beiden oder wird es nicht? Oder Barney und die andere bei Two and a Half Men, wird was aus denen oder wird es nicht? Immer wieder die Frage, wird was aus denen oder wird es nicht, ist, was eine romantische Anbahnung so interessant macht. Darauf sind die meisten Romanzen aufgebaut. Am Anfang mögen sie sich nicht. Stolz und Vorurteil. Was weiß ich, egal welcher romantische Film, am Anfang mögen sie sich nicht. Und dann mögen sie sich aber doch irgendwie und dann klappt es aber nicht aus irgendeinem bestimmten Grund, was im Äußeren liegt. Und sie fliegt zum Flughafen, sie geht zum Flughafen und will weg. Und dann dreht er sich wieder um und kommt zu ihr und überzeugt sie doch wieder zu bleiben. Und es ist dieses Hin und Her. Wird es klappen oder wird es nicht klappen? Und solange du kommunizierst, egal was passiert, egal was du mir antust oder was die Welt uns beiden antut, ich bin dein. Und ihr seid nicht zusammen, Todesurteil für diese Beziehung. Es ist was anderes, wenn ihr zusammen seid und du ihr dann sagst, du, egal was passiert, ich bleibe an deiner Seite, wir schaffen das zusammen. Das ist was anderes, weil sie sich da schon für dich entschieden hat. Aber das hat sie doch noch gar nicht. Die romantische Vorstellung von ich entscheide mich für sie und das wird sie dann dazu inspirieren, sich für mich zu entscheiden, ist Nonsens. Der einzige Weg, wie sie sich für dich entscheiden kann, ist, wenn sie weiß, dass du nicht 100% ihr gehörst. Dass du dich ebenfalls noch entscheiden könntest zwischen ihr und den anderen 9999. Und wenn du dann, weil sie merkt, oh, dieser Mann hat Auswahl, dieser Mann, der macht nicht alles, was ich will, der hat seinen eigenen Willen, der ist charmant, auf jeden Fall, der kann mit mir flirten, aber Mann, dann verschwindet der einfach so. Der sagt irgendwas Süßes zu mir und wir lachen zusammen und ich habe das Gefühl, ich fühle mich wirklich wohl bei ihm und dann haut er wieder ab und denkt immer so, bleib doch mal hier, ich will dich näher kennenlernen. Aber der ist immer so kurz angeboten. Zum Beispiel. Das erzeugt dann ein Verlangen. Wenn du immer zu haben bist, dann will dich keiner. Und die Schönheit liegt wirklich darin zu erkennen, wie kraftvoll das eigentlich für uns selber ist, Auswahl zu haben. Denn wenn wir wirklich Auswahl haben, dann macht alles mehr Freude. Dann macht das Kennenlernen von Frauen mehr Freude, weil du nicht nur bei ihr, sondern bei vielen Frauen das Gefühl hast, oh, ich werde von ihr begehrt und ich werde von ihr begehrt und oh, da hätte ich eine Chance und wow, sie mag mich auch. Und das gibt dir einfach viel mehr Rückgrat, viel mehr Möglichkeiten. Und wenn du dich dann für eine Frau entscheidest, dann ist sie tatsächlich eine unter vielen. Und das spürt sie dann auch. Sie spürt dann auch, weißt du was, der ist viel ehrlicher, natürlich, weil du hast dich entschieden. Eine Entscheidung kann ja nur, eine Entscheidung ist nur dann eine Entscheidung, wenn du mehrere Optionen hast. Wenn sie die einzige Option ist, dann ist es keine Entscheidung, dann ist es Zwang. Ganz einfache, klare Realität, der wir uns einfach mal stellen müssen. Und wenn du mal mit ihr zusammen warst und sie hat sich gegen diese Beziehung entschieden und du würdest sie gerne wieder erobern, dann musst du genauso erstmal wieder den Abstand suchen und ihr den Abstand schenken und gönnen, den sie braucht. Denn Anziehung entsteht nur in einem luftleeren Raum. Entsteht nur, wenn ihr beide euch nicht, wenn ihr nicht aneinander klebt. So entsteht die Anziehung, dass ihr näher aneinander kommt. Sie will, dass ihr näher aneinander kommt, weil ihr diesen Abstand habt. Also musst du diesen Abstand als allererstes erstmal herstellen. Guck nicht die ganze Zeit, was für einen Status sie auf WhatsApp hat. Guck nicht, was sie auf Instagram macht, Social Media, überall erstmal blockieren, alles weglegen. Du brauchst nicht, sie zu verdammen und zu sagen, ich will nie wieder was von dir wissen. Nein, aber für dich selber, weil es dir gut tut, kannst du sie erstmal überall löschen und damit du nicht mehr in die Versuchung gerätst. Okay, das ist Schritt eins. Solltet ihr noch gemeinsam Kinder haben, klar, dann redet miteinander aufgrund der Logistik, wie ihr die Arbeit und das Sorgerecht aufteilt, aber rein faktisch aufgrund dieser logistischen Umstände. Keinerlei Punkt mehr von wegen, ja und wenn ich sie sehe, dann doch irgendwie ein bisschen flirten und fragen, wie es ihr geht. Nichts mehr. Es geht nur noch um diese Logistik und das ist auch gut so, weil ihr seid, ihr teilt nun mal das Sorgerecht von diesem Kind oder von den Kindern und ihr wollt ja das Beste für die Kinder. Es geht jetzt nicht mehr um dich oder um sie. Okay, das ist was anderes, getrenntes Thema. Aber sobald es dann um die, das Romantische, die Liebe geht, die du gerne wieder entfachen möchtest, gib ihr den Abstand und nimm dir den Abstand, den es braucht. Pass auf, mein Lieber, sie hat sich gegen dich entschieden, weil sie dich nicht wollte. Das heißt, so wie du jetzt gerade bist, hast du keine Chance. Das heißt aber nicht, dass du keine Chance hast. Das heißt nur, dass du so wie du jetzt gerade bist, keine Chance hast. Du musst erst wieder der Mann werden, der du warst, als sie sich damals in dich verliebt hat. Du musst wieder der freie, unabhängige, attraktive Mann werden, der Hobbys hat, der mit seinen Jungs was unternimmt, der sich um sich selber kümmert, der Sport macht, der sich weiterbildet, der liest, der inspiriert ist, der für irgendwas brennt, der ihr auch was erzählen kann, weil er für was anderes brennt, als nur für sie. Weil sein Blick in die Zukunft geht und weil er etwas erschaffen will, nicht weil sein Blick auf die Frau geht und weil er sie haben muss. Nein, das will keiner. Abstand ist die natürlichste Reaktion darauf. Aber wenn du ein Träumer bist, jemand, der etwas Großes erschaffen will und sei es auch nur, du möchtest für dein Kind ein toller Vater sein, dann ist das etwas, was nicht mit ihr zusammenhängt und das ist attraktiv. Wenn du besser werden möchtest in deinem Handwerk, dann ist das etwas, was nicht mit ihr zusammenhängt und es ist attraktiv. Wenn du dich weiterbilden willst in Geschichte und du liest einfach mehr und mehr über das Byzantinische Reich, dann ist das attraktiv. Meine Freundin schaut mich immer verliebt an, wenn ich ihr irgendwas erzähle über Geschichte, weil es mich total fasziniert und weil es nichts mit ihr zu tun hat. Deswegen kann es auch super sexy sein, wenn du Zocker bist und du stehst super krass auf Metal Gear Solid, Final Fantasy oder was weiß ich. Wenn du da voll drin aufgehst und du gehst zu Comic Con, zu den Conventions und du ziehst dir was Geiles an und du siehst halt wirklich aus wie Cloud oder wie The Witcher oder so und du spielst diese Rolle und du bist da total drin, nicht um eine Frau zu überzeugen, sondern weil es dir Spaß macht. Es ist dein Ding. Ja, genau. Dann findest du auch die Frauen, nicht nur die Frauen, die auf dasselbe Ding stehen wie du, sondern du findest die Frauen, die auch noch einfach nur auf diese Passion stehen, die in dir steckt. Und das sind so viel mehr. Ich habe dir schon mal das Beispiel erzählt. Ich war mal auf einer Party, wo ich gerade mein Teleskop neu gekauft habe und dann saß ich da an einem Tisch mit sechs anderen Leuten und ich habe einfach angefangen zu erzählen über dieses Teleskop und den Winkel und die Brennweite und Maxutoff und sonst was und wie man dann die Ringe vom Saturn sehen kann und dass es so krass ist und der ganze Tisch war still und hat mich so angestarrt, so cool, jetzt will ich auch ein Teleskop. Wenn du brennst für etwas, was nicht sie ist, dann will sie etwas von dieser Leidenschaft abhaben. Dann sucht sie auch wieder deine Nähe. Du musst wieder der Mann werden, in den sie sich verliebt hat, damit du sie wieder erobern kannst. aktuell bist du nicht dieser Mann. Okay? Und das ist okay. Das ist ein, sei dankbar dafür, ganz ehrlich, sei dankbar dafür, dass sie dir dieses Ultimatum gestellt haben und gesagt hat, so, es geht nicht. Es geht nicht. Es muss jetzt erstmal Schluss sein. Und dann habt ihr eine Chance. Und das kann sechs Monate dauern, zwölf Monate dauern, 24 Monate dauern. Das kann dauern. Ich war auch schon in der Situation, dass meine Ex-Freundin mich verlassen hat und gesagt hat, ich spüre da nichts mehr, da ist keine Liebe mehr. Ich wusste aber, ich wusste aber, worauf es drauf ankommt und ich habe gesagt, alles klar, kein Problem. Wir haben damals noch zusammen gewohnt. Ich habe gesagt, wir brauchen einfach ein paar Ground-Regeln, wenn irgendwie, wenn du Besuch hast, wenn ich Besuch habe, dass wir irgendwie respektvoll miteinander umgehen, dass man das nicht irgendwie dem anderen ins Gesicht reibt oder so. Aber okay, fingen wir hin. Und allein als ich das schon gesagt habe, war sie sehr verwirrt. Weil ich glaube, sie ist es nur gewohnt gewesen, dass Kerle ihr hinterher rennen und sagen so, was, nein, nein. Aber ich habe gesagt, okay, ich akzeptiere die Realität, aber es tut weh und ich will nicht noch mehr Schmerz erfahren, deswegen müssen wir gucken, dass wir den anderen nicht unnötig verletzen. Okay. Und das hat ein paar Monate gedauert und dann weiß ich noch, genau, war ich in der Küche und dann kam sie auf mich zu und hatte so Angst, aber auch Hoffnung und habe gesagt, wieder meine Nähe gesucht und gesagt, wollen wir es nochmal versuchen? und ich habe sie geliebt und ich habe gesagt, ja. Aber ich habe sie, eben weil ich sie geliebt habe, konnte ich ihr auch den Abstand geben, den sie gebraucht hat, aus freien Stücken. Das ist der erste Schritt, mein Lieber. Wenn du den hinkriegst, dann kannst du auch zu uns kommen, wie Dominik gesagt hat, in der Flirtanalyse. Dann gehst du auf flirtanalyse.de und du kriegst den Leitfaden, wie du sie wieder erobern kannst. Das ist dann überhaupt kein Problem mehr. Wenn du wirklich in dieser, wenn du dich dazu entschieden hast, unabhängig zu sein, hoho, also, dann kannst du Superman werden. Also da ist so viel machbar, wirklich. Aber die Entscheidung, die Entscheidung ist stärker. Du bist der Welt, wirklich, wirklich mehr du selbst. Und ich will eigentlich gerade nochmal auf den Punkt der Auswahl eingehen. So, weil wir möchten nicht sagen, also, falls du das so verstanden hast. So, deswegen lass uns das nochmal genauer beleuchten. Wir sagen nicht, die Lösung da drin, dass du nicht mehr an sie denkst oder sie bekommst oder zurückbekommst, ist ganz viele andere Frauen kennenlernen und dir die Auswahl im Außen schaffen. Das ist das, was viele falsch verstehen, viele denken. Viele sich irgendwie im Außen versuchen, etwas aufzubauen als Sicherheit, als Stütze, als Beweis dafür, dass sie doch ein ganzer Kerl sind. Die Auswahl muss immer aus dem Inneren kommen, damit sie im Außen auch Bestand hat. Also, ich kenne so viele Typen, die halt irgendwie hier und da einfach von mir aus an jedem Finger zwei Frauen haben. So, die können sich ständig mit einer anderen Frau treffen und so weiter. Die sind aber innerlich leer. Ja, sobald halt eine davon weg ist, sind sie panisch, fragen um Hilfe oder Männer, die ich nicht so gut kenne, sind dann halt so auf diese, in der Richtung dann unterwegs, dass sie halt dann sagen, okay, dann hau halt ab, du Olle, was auch immer und rufen ihr irgendein Schimpfwort hinterher, weil sie sich verletzt fühlen, weil sie im Außen jetzt eine Frau weniger haben und das bedeutet halt für das Ego, für das kleine verletzte Ego im Inneren, für das kleine verletzte Kind im Inneren, jemand hat mich weniger lieb und damit ich nicht so verletzt bin, muss ich nochmal angreifen und hinterher treten. Halt aggressiv sein, kämpfen, weil ich werde ja gerade, ich werde gerade, ja, es ist gerade eine Gefahr für mich. Ich werde gerade angegriffen, wenn sie weggeht. So, und das ist, die Auswahl muss halt immer im Inneren stattfinden. Du bist der Typ, der die Auswahl hat. So, die Geschichte, die du jetzt gerade auch erzählt hast, Andi, mit deiner Ex-Freundin, dass sie dann auch da wieder hingekommen ist, das war natürlich nicht leicht, aber da ist ja, du hattest ja damals schon auf jeden Fall in irgendeiner Weise den Funken der Idee von, da ist mehr, da ist mehr dahinter, ich bin mehr. Ich habe sie schon kennengelernt durch die Art und Weise, wie ich bin. Das werde ich auch nochmal schaffen zur Not, wenn ich das machen muss, wenn ich so, also, und auch nicht mal das, nicht mal irgendwie, also, das sind auch die falschen Vokabeln, ich werde es nochmal schaffen. Wenn du emotional unabhängig bist, denkst du nicht mal mehr in diese Kategorien. Es ist für dich, es ist, also, du bist halt über diesem Problem hinaus transzendiert. Das Problem ist für dich kein Problem, du benutzt diese Vokabeln nicht mehr. Wir benutzen hier noch Vokabeln, die du verstehst vielleicht so, damit du das besser verstehst, aber wenn du in der emotionalen Unabhängigkeit bist, dann schaust du nicht mehr, bin ich einsam oder wie finde ich jetzt eine Frau oder wie lerne ich jetzt eine Frau kennen oder sie hat mich, das sind keine Kategorien mehr, die Kategorien existieren für dich nicht. Wir nutzen diese Titel hier für die YouTube-Videos, so überzeugst du sie von dir, weil das eben das erste Level ist, mit dem du Kontakt hast, wenn du das Video siehst. Du findest irgendwelche Videos, wie überzeuge ich sie von mir und du denkst dir, ja, ich will sie von mir überzeugen, weil du eben noch auf dieser Schiene denkst. Also müssen wir auch die Titel so machen. Sollen wir die Titel lieber machen? Du musst sie nicht von dir überzeugen, du bist ein freier Mann. Also es klickt ja keiner an. So, wir müssen in der Sprache sprechen, die du jetzt gerade sprichst, dich abzuholen. Natürlich, damit du verstehst, oh, so dahin geht eigentlich die Reise. Das ist der Grund. Aber der Grund natürlich, wieso ich und Männer, die diese emotionale Unabhängigkeit kultiviert haben, durch jahrelange Entscheidungen, durch Gewohnheiten, die du auch lernst bei uns in der Flirtmasterclass, diese Männer, die haben Sicherheit. Ich war selbst sicher in dem, dass ich nicht einsam sein werde. Ich werde nicht einsam sterben, definitiv nicht. Das war komplett ausgeschlossen. Dieses Mangel an Sicherheit, dieser Mangel an Sicherheit entsteht ja, wenn du keine Auswahl hast und sie ist scheinbar die einzige Chance für dich auf eine glückliche Partnerschaft. Und wenn sie dich nicht will, dann ist da halt keine Sicherheit. Und du denkst dir, oh, und dann verhältst du dich ganz komisch und rennst Frauen hinterher und verkaufst deine Seele. Aber wenn du Sicherheit hast, dann stellst du dir, wie Dominik gerade gesagt hat, nicht mal die Frage, weil das wird sich schon alles richten. Du vertraust auf den Prozess und deswegen kannst du ihr auch ganz locker die Ruhe und den Abstand gönnen, die sie braucht. Du bist einfach dann mehr in dir selber, du ruhst mehr in dir selber, du bist mehr in deiner Liebe, in deiner Selbstliebe, Selbstsicherheit, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, das ist alles an dem Ort, wo es sein soll, in deinem Herzen. Und dann, ja, dann läufst du halt da nicht mehr. Dann denkst du nicht mehr gerade großartig irgendwie über Auswahl im Außen nach, dass du dir Auswahl aufbauen solltest oder dass Frauen dich mögen oder nicht mögen. Du weißt einfach, es ist einfach in deinen Zellen, in jeder deiner Zelle ist das Wissen, die Wahrheit eingespeichert, dass du gut genug bist, dass du immer gut genug warst und du weißt einfach, sobald du aus dem Haus gehst und wenn du Lust hast, jemanden kennenzulernen, dann kannst du das machen. Und das ist so ein, du bist dann in so einer Ruhe in dir selber, dass du dich nicht mehr aus dem, wie sagt man, aus dem Gleichgewicht bringen lässt, wenn eine Frau mal hier und da sich nicht meldet oder sagt, lass uns nur freuen. Also das passiert dann halt auch nicht mehr. Weil also du denkst halt auch nicht mehr in den Kategorien, lass uns nur Freunde sein und so weiter. Du bist völlig okay damit, einfach nur eine weibliche Freundin zu haben, einen weiblichen Freund zu haben. Genauso ist es für dich vollkommen normal und natürlich, dass du halt immer ein Date hast, wenn du möchtest. Also besonders, wenn du möchtest, halt in deiner ganz bewussten Entscheidung. Und du kannst auch von mir aus dich sechs Monate einschließen und nur meditieren oder nur an deinem Projekt gerade am Computer arbeiten. Du weißt aber trotzdem, nach sechs Monaten, einem Tag, wenn du wieder vor die Tür gehst und einfach gerade irgendwie einkaufen gehst und du siehst da jemanden, du sprichst mit ihr, du weißt ganz genau, da wird eine Chemie sein zwischen euch. Du weißt ganz genau, wie du flirtest mit ihr. Du weißt ganz genau, wer du bist und also einfach all diese Kategorien, vor denen du dir gerade Sorgen machst, dass du sie nicht erreichen könntest. Du bist zu schüchtert und du bist zu introvertiert oder nicht gut genug oder was auch immer und sie ist außerhalb deiner Liga und du musst dich mehr anstrengen und so weiter. Das sind dann alles Kategorien, in die du nicht mehr verfällst. Das ist einfach eine ganz andere Realität. Du schwingst höher, du bist glücklicher und auf die Reise nehmen wir dich gerne mit, da laden wir dich gerne zu ein. Also flirtanalyse.de, wenn du da hinkommen möchtest. Wir machen das seit über zehn Jahren. Wir kennen dich. Lass uns das machen. Das kann man sich kaum vorstellen. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht selber erlebt hat. Am eigenen Körper. Jetzt gerade, es ist Mittwoch, die Folgen kommen immer mittwochs raus, jetzt gerade beginnt der zweite Verlieben in Florenz Workshop 2024. Ich bin jetzt gerade eigentlich in Florenz mit sieben anderen Teilnehmern und das sind alles Männer, die kenne ich schon eine Weile, weil das sind Männer, die sind bei uns in der Flirt Masterclass und das heißt, diese Männer, die haben schon von uns diese Philosophie so lange eingetaucht, so lange aufgesaugt, dass sie verstanden haben, wie attraktiv sie eigentlich sein könnten und diese Männer haben sich entschieden, ich möchte das Ganze jetzt mit dem Andy live erleben in Florenz und ich möchte innerhalb von ein paar Tagen sehen, wie ich da in einer fremden Stadt ohne irgendwelche technischen Hilfsmittel wie Tinder ein Date haben kann und mein Freund, ich mache diesen Workshop jetzt schon seit 2016 und in all diesen Jahren, in acht Jahren und in auch über ein Dutzend Workshops, da gab es noch nie jemanden, der nicht während dieser Zeit ein Date hatte mit einer Frau. Wohlgemerkt eigentlich auch schon am dritten Tag ein Date hatte mit einer Frau. Wohlgemerkt sogar innerhalb von 90 Minuten ein Date hatte, weil ich immer sage, in 90 Minuten ist Sonnenuntergang, da treffen wir uns alle am Piazzale Michelangelo und auf dem Weg dahin lernen all diese Männer immer eine Frau kennen und dann sitzen wir alle da und sehen den Sonnenuntergang und haben romantische Stimmung und danach gehen wir nochmal was essen und was trinken und tanzen und es ist wunderschön und das hast du kreiert, das steckt in jedem von uns schon drin und das zu sehen ist einfach richtig krass, das ist richtig krass. Ja, also, ich meine, das ist alles nicht gelabert, weil wir einfach wissen, dass es in jedem von euch steckt, in jedem einzelnen, weil wir es schon hundertmal gesehen haben. Da waren Männer dabei, die waren in ihren 40ern und noch Jungfrau, Frau kennengelernt, da waren Männer dabei, die haben noch nie eine Frau geküsst, kaum mit Frauen wirklich geredet außerhalb der Arbeit oder der Schule und die sind dort auf Dates gegangen. Es sind Männer dabei gewesen, mein Lieber, die seit 20 Jahren keinen Kontakt mehr mit anderen Frauen sexuell hatten, weil sie immer noch dieser einen Beziehung nach getrauert haben. neue Frau kennengelernt. Es ist crazy, was alles machbar ist, wenn du anfängst, in diesen Prozess zu gehen, dir selber zu vertrauen und dann tatsächlich einfach eine Frau anzusprechen, die dir gefällt. Du siehst sie und sprichst sie halt an und das lernen wir durchs Spielerische machen. Das lernen wir nicht, indem wir noch mehr Videos konsumieren, 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 sondern durchs Machen spielerisch. Es darf Spaß machen. Das ist an erster Stelle, wenn du wieder zu verkopft bist, dann musst du es erstmal wieder lernen. Lernen, wie du Spaß haben kannst, darin Frauen kennenzulernen und zu verführen. Verführung ist ein Tanz, die darf Spaß machen. Das ist kein Krampf. Das soll kein Krampf sein. Wenn es sich wie ein Krampf anfühlt, dann funktioniert es nicht und dann machst du was falsch. Aber das können wir dir beibringen. Das kannst du lernen. Den Leitfaden, den haben wir schon perfektioniert in all diesen Jahren. Das ist ja auch www.flirtanalyse.de Dieser Krampf, dieser Kampf oder Krampf oder wie du es auch immer nennen möchtest, das kann halt einfach nicht funktionieren, weil damit, du hast eine ganz andere Ausstrahlung, eine ganz andere Energie dann auch auf die Frau, auf andere Menschen und der Gedanke, den du dir dann halt, der Gedanke, der mitschwingt, wird immer halt ein Gedanke sein von ich muss, ich muss, ich darf es nicht verkacken. So Schuld, so die Gedanken von Schuld, haben wir jetzt auch vor zwei Wochen, glaube ich, eine Podcast-Episode drüber gemacht. Schuld, 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 ich darf das nicht, ich muss und wenn ich das nicht mache oder wenn ich das halt, so, wenn ich das gemacht habe, also halt entgegen meines Schuldgedankens gehandelt habe, dann werde ich bestraft und das ist halt so, das ist ein ganz krasser, krasser Stress, den du ausstrahlst, den du dir auch selber aufbürdest bist und du hast das selber schon mal erlebt, wenn, so du warst vielleicht bei dir auf der Arbeit und so morgens alle kommen gerade auf die Arbeit und da kommt jemand rein und du spürst sofort in der ersten Millisekunde, oh, der hat schlechte Laune, oh, von dem halte ich mich heute mal fern und das, das spüren Menschen auch bei dir, wenn du dir den Krampf machst oder den, den Kampf machst, also Frauen kennenlernen ist kein Kampf, das ist kein etwas Erzwingen, kein dich selbst irgendwie niedermachen und so weiter, es ist eher ein Tanz, das ist das, was Spaß macht, das ist ein Miteinander, das ist ein, ich führe hier entlang und dann führt der andere da entlang und wohl beim Tanzen dann auch eher so der Mann dann führt, aber es ist ein Miteinander und das ist ein, es ist halt auch spaßig und es ist dann auch nicht auslaugend und wie Alan Watts, also berühmter, berühmter Philosoph der Neuzeit, auch damals gesagt hat, der, der schnellste Weg von, von, ich paraphrasiere jetzt gerade, der schnellste Weg von A nach B zu kommen ist nicht zu rennen, sondern zu tanzen und da ist so viel, da ist so viel Wahrheit drin, weil natürlich ist halt so offensichtlich der schnellste Weg halt so zu rennen, so irgendwie so schnell wie möglich halt mit einem Auto oder was auch immer da hinzufahren und dann bist du da, aber dadurch, dadurch lehnst, dadurch siehst du halt nicht die Landschaft, dadurch erfährst du dich selber nicht, dadurch, dadurch genießt du die Reise nicht, der schnellste Weg ist zu tanzen, weil, also obwohl er halt langsam ist, ist das der schnellste Weg, weil das der, weil das der schnellste Weg, der natürlich ist, der, der nach, der nicht mit einer geraden Linie von A nach B gezogen wird, sondern der durch Schwingungen, durch ganz natürliche Schwingungen und, und, und durch den Tanz entsprechend, ähm, ist der langfristigste, einfach, du, du hast dadurch einfach Freude am Prozess und wenn du, wenn du mehr Freude am Prozess hast, dann hast du mehr Ausdauer, richtig, weil dann macht das, dann macht dir der Weg Spaß und nicht das Ziel und wenn dir der Weg Spaß macht, die Reise, das Reisen Spaß macht, äh, dann wirst du auch beim Ziel nicht stehen bleiben, dann wirst du auch, boah, ey, das Ziel ist mega schön, aber ich will weiterreisen, es geht immer weiter, es geht immer weiter, weil ich die Reise so liebe, so kommst du definitiv weiter, als wenn du unbedingt an dein Ziel hinrennen willst, weil dann brennst du aus, 100 Prozent und das heißt auch nicht, wenn ich sage, dass du, wenn du dein Ziel erreicht hast, dass du immer weiter rennst, äh, weiter tanzt, das heißt nicht, dass, dass unser für dich deklariertes Ziel ist, du sollst immer neue Frauen kennenlernen und ständig weiter verführen, das ist nicht, was ich meine, ich meine aber, dass wenn du eine Frau kennengelernt hast, unter den vielen Frauen, die du kennenlernen wirst, zu der du sagst, mit dir will ich eine Familie aufbauen, dass dann deine persönliche Reise des Wachstums nicht aufhört, sondern dass du mit ihr gemeinsam wächst, dass du versuchst, ein besserer Ehemann zu werden, ein besserer Vater zu sein, dass du immer weiter diese Charaktereigenschaften, die dich dahin gebracht haben, pflegst, so wie du auch nicht aufhörst, deine Zähne zu putzen, wenn sie einmal sauber erscheinen, sondern du weiterhin deine Zähne putzt, so wirst du auch weiterhin jeden Tag dich zur Unabhängigkeit entscheiden, sodass die Frau und du jeden Tag sich neu ineinander verlieben können, ja, sodass du weiterhin der Mann sein kannst, in den sie sich verliebt hat am ersten Tag, sodass sie sich weiterhin jeden Tag in dich verlieben kann und du dich auch weiterhin in sie verliebst, aus freien Stücken, das meine ich damit, ja, und sollte aus irgendwelchen Gründen die Reise mit euch beiden dann zu Ende gehen, dann bist du nicht am Boden, sondern dann ist es traurig, aber du weißt, du wirst überleben, du weißt, es werden wieder schöne Tage kommen, weil du die Sicherheit hast in dir. Das ist ja halt auch so ein Punkt, also die, entweder ich habe halt die Trauer aus Angst eigentlich, weil ich sonst niemanden wieder finde und das war meine einzige Chance und jetzt meine einzige Chance zum Glück und damit auch meine einzige Chance zum Überleben, dann ist das keine Trauer, dann ist das Angst vor dem Tod, aber wenn du halt weißt, wer du bist und das Leben in dir trägst, im Prinzip die Liebe in dir trägst und weißt, wer du bist, die Unabhängigkeit in dir trägst, dann ist halt eine, das Ende einer Beziehung dann kannst du die Trauer dahinter genießen, ohne die Angst zu spüren irgendwie, dass du immer alleine bleiben musst deswegen, sondern du kannst halt wirklich ehrlich, authentisch auf diese Beziehung schauen und traurig sein. Das ist vollkommen, also Trauer, vollkommen okay und zu weinen und auch das, was du gerade gesagt hast, Anni, mit dem Punkt, wir wollen natürlich nicht, dass du, also wenn du das, wenn du das nicht möchtest, wir wollen das ja auch nicht für dich, dass du die ganze Zeit dauerhaft immer wieder Frauen kennenlernst. Es ist dann, ich sage immer ganz gerne so, in der Beziehung ist es dann, also genau diese Unabhängigkeit, die du kultivierst als Single, ist genau diese gleiche Unabhängigkeit, aber nur Oktave höher. So, es ist genau der gleiche Akkord, aber du spielst dir eine Oktave höher. Da ist halt, da ist das, mehr Schwingung drin, so, da ist mehr, nochmal mehr Leben drin und so weiter und, aber es ist genau der gleiche, genau der gleiche Akkord der Unabhängigkeit und diese, 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 ja, diese Unabhängigkeit, wenn du das einmal gespürt hast, dann, dann willst du das halt auch nicht missen und der, wir hören das ab und zu von, von Männern, die, die, es, es kommen ab und zu Männer in die, in die, in die Flirt Masterclass, dadurch halt auch dann in die Flirt Analyse und so und kommen dann in die Flirt Masterclass und wollen, also sagen zu all dem, was wir gesagt haben, okay, wir, lass uns dir helfen, in die, in die emotionale Unabhängigkeit zu kommen. Die sagen dann, ja, okay, alles gut, machen wir so und dann, sobald sie aber, also die sind dann ganz lange einsam und sobald sie dann irgendwie eine Frau finden, die ihnen schöne Augen macht, vergessen sie alles, was, was sie gelernt haben bis dahin, ähm, verabschieden sich aus dem Coaching und sagen dann, nee, nee, passt jetzt. Passiert häufig, ja, und kommen dann nach zwei Jahren wieder und sagen, okay, ich hab nicht auf, ich hab nicht drauf gehört, sorry. Können wir nochmal, können wir nochmal anfangen. Ähm, so gerne, ja, also ist nicht so, als ob, als ob ihr uns irgendwie was, als ob du uns irgendwas beweisen musst oder irgendwie dann dich nie wieder bei uns melden darfst, so wir, wir helfen sehr gerne. Ähm, aber hoffentlich hast du, also hoffentlich du als Zuhörer lernst hoffentlich aus dem, was, das Beispiel, was, was ich gerade dir mitgebracht habe, aus den Fehlern so vieler anderer, die halt nicht mit dieser Unabhängigkeit wirklich reinkommen, sondern einfach nur sagen, okay, ja, emotionale Unabhängigkeit als Methode versuche ich und bis ich dann die Frau kennenlerne und dann vergesse ich alles. Das ist nicht das Ziel. Genau, sondern weiterhin die guten Gewohnheiten pflegen, weiterhin Zähneputzen, auch wenn die Zähne schon sauber sind, ganz genau, weiterhin flirten, weiterhin unabhängig sein, weiterhin diesen Gewohnheiten nachgehen und, aber es ist auch nicht immer so, dass, dass die Männer, ähm, dann zwei Jahre später zu uns kommen, sondern oftmals melden sie sich auch sechs Monate später oder zwei Jahre später oder drei Jahre später und sind halt noch mit der Frau zusammen. Das ist halt auch geil, ne, weil diese Männer sich dann zu den Gewohnheiten entschieden haben und es ist vollkommen okay, wir können alle mal vom Pferd runterfallen, müssen einfach wieder aufsteigen, gar kein Problem, aber das, das ist halt, darauf freue ich mich immer. Ich freue mich immer, wenn ich mit dem Milad rede und Milad erzählt mir, wie es mit der Anna geht oder jetzt gerade vor kurzem der Ricardo, der in der dritten Woche seine Arbeitskollegin mit zu sich nach Hause genommen hat und ja, die haben quasi das Haus nie wieder verlassen. Seit Monaten. Das ist tatsächlich so. Sie, ja, sie, sie, sie bestimmt jetzt einfach, ja, womit er, womit er sich Tag ein Tag aus beschäftigt, aber er ist, er sieht sehr happy aus, das ist schon sehr cool oder, ähm, Johannes, Johannes, ne, bei uns im Coaching genauso, in der dritten Woche, Frau kennengelernt, hat sich einfach entschieden, hat gesagt so, Andi, ich wollte unbedingt weiterhin dieses Coaching machen, ich habe es ihr auch gesagt, sie weiß das, sie unterstützt mich auch, ich habe es auch weiter gemacht, aber du hattest recht, am Ende wollte ich mich einfach entscheiden zwischen ihr oder den anderen Möglichkeiten und ich habe mich für sie entschieden und es ist mega geil und genau so will ich es ja auch, ne, entscheide ich zwischen ihr und den anderen Möglichkeiten, weil du Möglichkeiten hast. Johannes hatte Möglichkeiten, hat sich für sie entschieden, mega schön. ne, so darf es sein, so darf es sein. Die Entscheidung halt aus, aus freien Stücken, aus, aus Ehrlichkeit ist halt wichtig und nicht, weil du, weil du den Zwang hast, also entweder so, also wie man halt auch immer so sagt, so irgendwie zwischen, das kleinere Übel wählen. Was ist das für ein Leben? Du bist doch mehr wert, als einfach nur das kleinere Übel zu wählen. Wir haben immer eine Entscheidung und der Weg ist halt so, obwohl es halt vielleicht manchmal scheint, okay, dann halt vielleicht die Frau, die, so was ja viele Männer haben, so irgendwie, die, die Frauen, die ich möchte, die bekomme ich nicht, aber die, die ich nicht möchte, die bekomme ich. So entweder ist es halt das Leben, so entweder die Frau, mit einer Frau zu verbringen, die ich gar nicht so, 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 so toll finde oder gar keine Frau zu haben. So, ich entscheide mich dann für das kleinere Übel und dann immerhin die Frau, die ich nicht so toll finde. Was ist das, was ist das für ein Leben? Du bist doch mehr wert, da ist doch eine Entscheidung drüber und die Entscheidung schaust du dir einfach nur nicht an, weil du Angst davor hast und Angst ist das Gegenteil von Liebe. Wenn du die Entscheidung aus Angst triffst, dann wirst du immer darunter leiden. Du wirst jeden Tag aufs Neue den Schmerz spüren und Leid ist einfach nur die Entscheidung, im Schmerz zu bleiben. Und diese, die Entscheidung, die du treffen darfst, ist, ich bin mir mehr wert. Ich verdiene das Beste, was das Leben und die Liebe mir zu bieten hat. Aus ganzem Herzen verdiene ich das Beste. Und ich höre nicht eher auf, bis ich genau dieses Gefühl erreicht habe, bis ich weiß, ich lebe hier gerade das Beste. Das Beste Leben und die Beste Liebe, die ich verdient habe. Weil das aus dir herauskommt, nicht weil du halt irgendwie im Außen irgendwie dann vielleicht mit irgendwas prallst. So, das ist halt dann auch nicht emotionale Unabhängigkeit, sondern dann bist du sehr abhängig davon, was andere über dich denken und bist damit halt per Definition abhängig von anderen. Und damit halt nicht frei und damit ein Sklave von der Meinung anderer, die sich überhaupt nicht so sehr für dich interessieren. Du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass diese Angst, diese Abhängigkeit in dir, diese Sucht danach irgendwie eine Frau zu finden oder der Frau hinterher zu rennen oder sie bloß nicht zu verlieren, dass diese Sucht, dass du die erkennst und abstellst und erkennst, wie viel freier du eigentlich bist und dann diesen Weg beschreitest. Gerne mit uns, gerne flirtanalyse.de und schauen wir uns das eins zu eins bei dir an. Nehmen wir uns auch eine ganze Menge Zeit für dich. Also die Gespräche gehen auch oftmals über eine Stunde. Was haben wir jetzt hier für Gespräche in letzter Zeit gehabt, Andi? Für manchmal auch zwei Stunden lang, wo wir einfach da genau auf dein Thema eingehen und klarstellen, dass du auch verstehst, was deine Schritte sind. Und dann natürlich kannst du schauen, ob du den Weg mit uns weitergehst oder ob du ihn alleine weitergehst. Das ist für uns auch völlig okay. Wir würden das nicht seit über zwölf Jahren machen, wenn wir da nicht auch unabhängig wären. Da sind wir entspannt. Ich habe immer gesagt, mein Ziel im Leben ist es, der beste Vater, Ehemann und Freund zu werden, der ich sein kann. Dieser Nordstern, der hält mich im Prozess. Der hält mich im Hier und Jetzt, dass ich immer wieder mich zurückholen kann zu es geht um die Gewohnheiten. Es geht darum, dass ich nicht einer bestimmten Frau hinterher renne, nicht ein bestimmtes Ziel erreichen will oder irgendetwas vermeiden will, wie Leute mich wahrnehmen, dass sie nicht denken, dass ich ein Clown bin oder ein Verrückter oder sowas. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass ich eine Frau anspreche, dann ist mir das sowas von rotzegal, was die anderen Leute da denken. Ich habe vor einer Dekade eine E-Mail geschrieben an alle meine alten Schulkameraden, von wo ich Abi gemacht habe und habe das in riesigen Comic-Suns-Buchstaben. Jeder Buchstabe in einer anderen Farbe. Riesig. Also so eine E-Mail, die einfach nur ins Auge fällt und wo du denkst, was ist das denn für eine eklige E-Mail und habe ich geschrieben, ich bin jetzt Flirt-Coach. Hallo Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Hier ist der Link zu meinem Kanal. Ich wollte einfach mal wieder einchecken und euch sagen, mir geht es gut oder sowas. Wenn ihr Bock habt, dann schaut es euch mal an. Warum habe ich das gemacht? Weil ich mir selber beweisen wollte, scheiß auf die Meinung der anderen. Guckt mal, ich bin Flirt-Coach. Boom. So, die müssen sich die E-Mail nicht angucken, die können sie auch löschen, ist mir egal, aber das hat mir unglaublich Freiheit gegeben. Ich habe mich richtig gut gefühlt, nachdem ich diese E-Mail rausgesendet habe. Und auch heute noch bei Jahrestreffen, dann bekomme ich immer wieder mal mit, dass das irgendwie über Ecken sagen, die mir, oh, dieses eine Mädel von dort, die du ja kennst, die hat irgendwie gesagt, boah, der Andi, der macht ja irgendwie Flirt-Coaching. Voll spannend, das finde ich total interessant. So findest du die Leute, die zu dir passen, indem du zu dem stehst, wer du bist. Und die Leute, die nicht zu dir passen, die sortieren sich von alleine aus. Die brauchst du nicht. Genauso wie die Botox-gespritzten Mädels, die nur an dein Geld wollen. Die sind nicht Teil meiner Welt, meiner Realität, meines Universums, weil ich diese Leute einfach nicht anziehe. Genauso wenig irgendwelche Typen, die mich versuchen, über den Tisch zu ziehen. Menschen begegne ich einfach nicht, weil das nicht meine Welt ist, die ich projiziere. Weil mir wichtig ist, dass ich der beste Partner, Ehemann und Vater werde, der ich sein kann. Partner zu meinen Freunden und Partner natürlich mir als Geschäftsperson für euch. Und das ist das Schlusswort, auf das ich heute kommen wollte, weil wenn wir sagen, eine Frau interessiert sich nicht für dich, schenke ihr den Abstand, den sie braucht, damit du wieder der Mann werden kannst, den sie attraktiv finden würde, dann heißt das, dass du dich einem höheren Ziel verschreibst und nicht dem Ziel, sie zu erobern. Dieses höhere Ziel, das muss dein Leben lang ein Ziel sein. Das ist nicht einfach nur, ich möchte eine Gehaltserhöhung, sondern das muss etwas sein, was simpel ist, womit du für andere Menschen einen Beitrag leistest. Und das richtet alles auf die richtige Perspektive. Damit machst du es dir viel leichter, auch einfach am Ball dran zu bleiben, weil es nicht mehr um dich geht. Es geht nicht darum, dass du etwas bekommst, dass du eine Frau oder Sex bekommst. Nee. Wenn ich sage, ich will der beste Freund, Ehemann, Vater sein, Partner sein, dann heißt das, dass ich gut mit Frauen werden muss. Muss. Frauen plural. Ich muss gut mit Frauen interagieren können. Ich muss Frauen mögen können. Ich muss Lust auf Frauen haben können. Und ich muss wissen, wie man eine Frau von sich überzeugt, um in dem 1. Level Fachjargon zu bleiben. Warum? Na, wie sollen es die anderen denn lernen, die auf mich angewiesen sind? Meine Kinder. Das müssen sie an irgendeinem Beispiel sehen. Und deswegen ist es meine Verantwortung, das zu lernen. Nicht für mich. Natürlich, es macht auch Spaß. Natürlich, Sex macht Spaß. Partnerschaft ist wunderschön. Aber das darf nie der erste Grund sein, mein Lieber. Sei ein Teil des großen Ganzen. Tu deinen Beitrag leisten, damit andere von deiner Existenz profitieren. So wirst du auch unsterblich. So bleibst du in Erinnerung von all den Menschen, die dir dankbar sind. Und deswegen musst du lernen, zu flirten. Deswegen musst du lernen, wie man eine Frau erobert. Und genau deswegen macht es auch so viel Spaß. Weil du halt nicht nur das Ergebnis genießt, sondern weil du viel, viel weitreichendere Ergebnisse sehen darfst. Also mein Lieber, das war vielleicht ein Tick zu weit esoterisch, aber das ist der Grund, warum ich das hier mache und warum wir diese Podcast-Folgen jetzt auch schon. Diese Podcast-Folgen seit zwei Jahren, unser Coaching seit über zehn Jahren, YouTube seit, glaube ich, acht Jahren und, 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 und machen. Und so viele hunderte Männer schon happy gemacht haben mit einer Frau an ihrer Seite. Das ist der Grund, warum wir es durchziehen. Ich es durchziehen. Also, war vorsichtig. Wir sehen uns in der Flirt-Typ- und Charisma-Analyse. Bis nächste Woche. 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 Bis zum nächsten Mal.